Wir gelangen nun zur aktuellen Stunde zum Thema aktuelle Herausforderungen durch die Flüchtlingssituation mit dem Herrn Bundeskanzler und der Frau Staatssekretärin, die ich hier noch einmal dazu herzlich begrüße. In der Präsidialkonferenz wurde Einvernehmen über den folgenden Ablauf erzielt. Zunächst kommt je eine Rednerin pro Fraktion zu Wort, dessen bzw. deren Redezeit jeweils 10 Minuten beträgt. So dann folgt die Stellungnahme des Herrn Bundeskanzlers, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgen wiederum je eine Rednerin der Fraktionen sowie anschließend je eine Wortmeldung der Bundesräte ohne Fraktion mit jeweils einer 5-minütigen Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundeskanzlers erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten sollte. Als erstes zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundeskanzler... Wir kommen nun zur Aktuellen Stunde zum Thema aktuelle Herausforderungen durch die Flüchtlingssituation mit Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ. Wir kommen für die Flüchtlingssituation mit dem